dieses spiel hat keine altersbeschränkung wir wünschen euch allen viel spaß wir brauchen gewerbegebiete am besten welche die auch wasser und strom haben kommt immer gut an nach das ist doch nicht so manchmal habe ich das gefühl spiele mich verarschen kann man eigentlich die rastung rausnehmen so ein bisschen industrie wäre auch nicht verkehrt da kommt ich muss aufpassen dass ich die straße nicht noch zu bauen aber das sollte noch alles so passen so direkt noch wasser hinterher strom sollte er da sein alles gut wir brauchen immer noch gewerbegebiet dann bauen wir hier noch ein zinn land dazu kaufen hier geht es ja nicht groß weiter oder wie ist das eigentlich wenn ich jetzt hier drauf gehe da haben wir die autobahnen zwischen das doof ne das machen wir erstmal nicht hier brauchen wir noch nicht alles gut da wäre ich eher noch eine überlegung aber noch gar noch genug geld wunderbar das ist doch alles schön brav eingestellt hatte fein gemacht ja manchmal bin ich auch zu irgendwas zu brauchen ganz oft sogar manchmal ganz oft manchmal ganz oft aber immer öfter nicht nach zum blösen aber warum wieder wo boah das war unsere stadt wächst ich glaube ich gehe erstmal hier weiter runter bis wo und gar bis da haben wir noch genug platz ich habe ein bisschen schluss hat irgendwann unser strom nicht mehr ausreicht ich muss das geld ein bisschen im auge behalten sehe ich gerade nicht wundern ich gucke ein bisschen im hintergrund twitch spinnt ein bisschen rum da sind wir immer online offline online aber eigentlich die ganze zeit auch wieder online in der statistik aber nicht weiß nicht was es hat also der stream laut obs läuft ne läuft auch sehe ich ja hier auch also und die übertragung ist wunderbar also wir haben keine einbrüche keine ahnung weiß ich ja auch nicht also es ist ja hier statistiken offline 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 ich kann gerade nicht wirklich gucken ach komm das lassen wir erstmal hier bauen wir wobei doch müssen wir uns haben die hier kein wasser schade sag ich da nur weinst du denn wir schaffen es zu dem erweiterungspack es kommt ganz drauf an wie wir uns jetzt erweitern also noch sieht es gut aus wir kriegen noch ein plus rein und wir sind auch gar nicht mal so schlecht ich glaube schon der zeit dabei hatten wir das alte spiel nicht mehr den alten spielstand ich erinnere mich ich habe das auf dem anderen steam account gezockt damals ach so das ist natürlich doof so hast du gerade gesagt hello oder du 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 warum ist das so ein vogel das ist unser twitter vogel ach so warum steht da so drauf ja den kannst du hier so auswählen tatsächlich ach so wir könnten auch den nehmen wenn wir schon aus der gegend kommen aber ich fand den ist eigentlich gar nicht mal so schlecht weil wir ja das spielen ja dann passt das dachte ich so wir wollen immer noch wohngebiet aber wir brauchen noch geld die need money bauen die ihre häuser denn selber ja klar du musst du das gebiet aus ausweisen deklarieren ausweisen genau und dann kommen die angehörten dann trottet bauen die ja ja ich mach die zins günstig na bau nie wie blöde na komm eine straße kann man noch dran setzen dann haben wir sogar die versorgung so wie sie jetzt auch wie blöde bauen auf mikro kleinen grundstücken bitte die sind nein jetzt nein ich meine so eine reale umgebung 6500 was das gebiet aufheben machst du ja okay industrie gute morgen zusammen was für ein schöner sonnenaufgang ja also manchmal finde ich das ding nervig was läuft darum das elefanten warum sind der elefanten die fressen den rasen also sind quasi natürliche rasenmäher von uns was ist das der rasenmäherroboter schweine die nashörner große schweine überall nashörner und elefanten siehst mal wie toll die es hier haben die ihnen gefällt so gut dass sie direkt bei uns bis zur stadt laufen die wollen in den zoo die stehen schon Schlange und warten nur dass wir endlich einen eröffnen wenn man mal wieder mehr geld hat ich würde ja gern die straße hier oh neue dienstleistungen vergessen sie sich nicht neue freigeschaltete dienstleistungen anzusehen was will der ja bus super dafür brauche ich auch geld ich könnte zwar kredit aufnehmen da bin ich jetzt aber noch nicht so scharf drauf hast du kein geld ich habe nie geld sollst du doch wissen ja ich habe das so bauen wir ein paar straßen rüber vielleicht bauen wir so eine hier oder das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus und hier bauen wir auch eine hin nee das gefällt mir nicht bauen wir so wunderschön jetzt können die schönen kreis fahren oh was auch der livestream ist offline ne aber hier ist nichts offline ist alles am senden ach doch internet ist weg schön tschüss internet hallo internet hast du noch internet guck mal bitte an deinem rechner darf eigentlich nicht sein kein internet zugriff was ist das denn jetzt schön ist dass der noch live ist laut OBS aber nur gut ja schön auch dass wir gerade so viele zuschauen hatten ja das erklärt aber auch warum das mal live ist und mal nicht keine ahnung wo ist das internet das internet ist weg wo ist das internet es ist nicht mehr an seinem Fleck äh kann ich aber hier laden auch ne versuch noch ob du es nochmal verbunden kriegst ich bin am stream noch also sobald der die leitung wieder da ist müsste das automatisch funktionieren okay warte dann mach ich mal hier upgrade ich hab laut dem kein kein internet ja heute scheint einer der tage zu sein wo es einfach nicht sein soll zum glück läuft die aufnahme problemlos mir ist das spiel übrigens eben ich hab mal ganz kurz reingeguckt oh wir haben keinen strom ganz kurz am anfang reingeguckt ob es funktioniert da ist mein spiel auch einmal abgestürzt wo ich das gerade erwähne wir sollten vielleicht mal speichern ja das kann nicht verkehrt sein weil ich ärgere mich nachher wieder wenn da vor allem alles weg ist ich kenn das doch wär nicht das erste mal gewesen ah mist 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 aber wir haben genug Kohle wir bauen nochmal ein Kraftwerk oh was ist das Windturbine fortschrittliche Windturbine kostet 12 und halb 200 ok der macht 0 bis 8 Megawatt 20 der macht 40 jetzt bist du wieder am jetzt bin ich wieder da ja ich verstehe es nicht das ist teurer hier die Windturbine ist sauberer aber teurer letztendlich na komm wir brauchen noch so eins wenn ich das da hinsetze haben wir dann irgendwie eine Stromleitung gekappt nee ne das sieht gut aus oder Strom soll direkt wieder da sein ja ich muss auf den Strom ein bisschen achten hast du bei dem Spiel keine Internetleitungen verlegt nee das ist der Fehler ist wie im realen Deutschland Bandbreitenausbau ist ja nicht so angesagt da haben wir kein Geld für ja deswegen haben wir dann die Verbindung verloren für sowas ja nee also das sehe ich auch gar nicht ein dafür gebe ich kein Geld aus nein Quatsch wobei ich schon ein bisschen traurig finde dass wir da auf Platz weiß ich was 24 sind wo wir da stehen ist eigentlich doch doch war letztens noch mal der Wochenschau ist eigentlich ein Armutszeugnis aber nun gut wollen wir uns nicht beschweren was wollen wir machen sich aufregen dass der Stream einfach abkackt ja vielleicht ja wo gewitter haben wir keins denn letztens hat man mal Probleme während des Gewitters nee ich höre nichts momentan nee ich höre auch nichts geschäftigte Kleinstadt was haben wir denn Tourismusfreizeit einzigartige Gebäude die kommen wir oben bei der Mülldeponie hinsetzen hier Tourismus finde ich gut Spezialisierung Ölindustrie Spezialisierung Tourismus boah 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 wir kriegen so viel Zeug dazu ach du heilige ey Krankenhaus Angelsteg das ist natürlich auch cool ich würde auch gerne mal ein paar Häuser vielleicht Richtung Strand bauen Jachthafen krass das Tourismus es ist vielleicht gar nicht so blöd wenn wir den Tourismus hier wirklich an den Strand pappen und ich würde sagen wir bauen hier die Hotels hin genau hier dann brauchen wir hier einen Angelsteg und wenn die jetzt schwimmen gehen dann schwimmen die alle schön in dem Dung der Stadt finde ich gut ist doch besonders dann mal baust du ein Krankenhaus ich hätte die weiter runter setzen müssen wenn ich so drüber nachdenke aber ist egal wenn die alle krank werden ja super das baue ich direkt hier in das Krankenhaus dann können die direkt das ist die Idee wir machen Kohle ohne Ende du machst das so in Etappen und einen Friedhof auch noch ich soll ein Gebäudes wieder bauen was will der Busbahnhof für haben Busdepot ja kostet nur 30 oh wir haben 60.000 Hammer aber mal kurz 800 Kilowatt Sturm Moment 800 Kilowatt wir haben Megawatt okay das geht wo baue ich den hin baue ich den hier hin hier direkt haha jetzt mal ohne Blödsinn das können wir theoretisch sogar machen hier stört es nicht großartig irgendwen aber wir könnten den auch einfach hier hinsetzen da können wir die Straßen noch lang bauen das müsste passen hm ja wo wir noch hier hin finde ich gut ich muss auch mal wegen warte mal was haben wir da noch Buslinie platzieren sie Bushaltestellen zum Beispiel stellen einer Linie von äh Bushaltestellen müssen eine ringförmige Linie bilden okay dafür sollten wir uns vielleicht mal den Verkehr angucken Transport ja gut da haben wir noch gar nichts ist klar jetzt zeigt er mir die Hotspots an quasi wenn ich jetzt hier ne zeigt er mir nur welche an die ich schon gesetzt habe oder gesetzt hätte aber man kann sogar Taxi machen ne oh man kann so viel mittlerweile machen Taxi ging aber schon vorher auch genau Bus auch ja 4-spurige Straße mit Bus Fahrspuren kann man die eigentlich so upgraden ja gut das bringt jetzt erstmal nichts 6-spurige Straßen ach du Heilige okay jo dann äh wo wäre es denn sinnig die arbeiten hier überall da würde ich so sagen bauen wir hier achso ich muss dann hier so anfangen oder wie was fährt da da rum okay pass auf gehen wir erstmal hier rüber geht das das geht dann gehen wir hier rüber also theoretisch sind um uns rum überall Gewitter nur bei uns nicht finde ich gut komm die können noch ein bisschen laufen oder nein die sind fußvoll so nur wieder hier hin geht das was macht er denn jetzt Linie abschließen wunderbar ja wird schon Hup Hup Busse sind unterwegs ist das nicht schön guck mal wie groß das schon mittlerweile geworden ist das könnte auch ein Stiefel sein wenn man so guckt es ist Italien Little Italy nein aber nenn es so kannst du das so nennen theoretisch könnte ich das praktisch nein warte mal ich muss mal ganz kurz gucken Abdeckung haben wir noch Müll Speicher Müllverarbeitung Betrag oh ne bekomme nicht mehr hin hier sehe ich gerade Auslastung 32% Verarbeitungsstatus kommt denn nicht mehr hinterher kann man die irgendwie kann man die abgrain nehmen was willst du denn upgraden nee Gebäude in andere Einrichtungen aus ja ne da müssen wir noch eine Mülldeponie tatsächlich bauen sonst ersticken wir Müll Müllverbrennungsanlage gut die Maul später so äh ich hab ich hab einen Denkfehler gehabt aber das ist nicht so schlimm hier oben der Balken wäre nur interessant gewesen da hat man nur 32% Verarbeitungsstatus haben wir wahrscheinlich deswegen noch nicht weil wir keine Verbrennungsanlage haben aber da wir stetig wachsen ist das gar nicht mal so verkehrt Feuerwehr sieht oh da oben müssen wir unbedingt ein Feuerwehr setzen das sieht übel aus nein es sieht schön aus wenn es brennt es ist so herrlich warm und spart Heizkosten auf jeden Fall da okay das passt nur hier unten nicht 12.000 nee komm das lassen wir man kann hier alles haben im Leben hier unten dürfen halt einfach nicht brennen die Häuser Punkt die sollen nicht rauchen keine Gasheizung benutzen kein Gasherd dann passt das schon Polizei wollte ich noch gucken jetzt wo haben wir Polizei denn Feuerwehrsicherheit wo ist die hier das oder Kriminalität das sieht aber eigentlich ganz gut aus zufrieden sind sie auch noch alle obwohl sie kaum was bekommen finde ich gut hier ist die Polizei okay das das sollte erstmal reichen ja das sieht alles noch gut aus wir sind noch im grünen Bereich okay wir brauchen alles gleichermaßen das ist gut okay die Kohle wäre da aber wie ich mein Glück kenne nicht der Strom wann bekommen wir das nächst größere Kraft nie oh wir haben warte mal wir haben schon eine Öl Grafekt können sie das aber noch nicht leisten da musst du mal Geld sparen du kriegst viel zu viel Geld aus erzeugt starke Umweltverschmutzung ja das aber auch Verschmutzung 50-50 Verschmutzung ist aber eher geringer tatsächlich und du hast viel mehr an Stromgewinnung muss ich das eigentlich dann auf eine Ölquelle oder irgendwie sowas setzen oder in der Nähe von der Ölquelle oder kaufe ich ein Öl ein wie läuft denn das eigentlich wie ist denn das Verschmutzung Wind haben wir hier irgendwie sowas ich darf hier wir können doch bestimmt Öl was haben wir denn hier Parkpflege Naturrohstoffe das sieht doch gut aus Wald Öl Schwarz Schwarz wir haben kein Schwarz Wälder fruchtbares Land da oben da oben also teuer ja ich weiß nicht ob man das Teil da drauf setzen muss oder ob man auch Öl zukaufen kann ich meine wir können das zwar noch nicht leisten ich muss erst mal hier mit Vorlieb nehmen wär halt nur schön gewesen hm ich muss erst mal aber dass die ich Vielen Dank.